Und jetzt ist er wieder. Team Wolf Nummer 2. Eigentlich ist er ein Schüler von der netten Sorte. Hi. Na, Schnuckiputz? Doch manchmal handelt er sich ein paar Probleme ein. Du hast mich mit einem toten Frosch gehauen. Er benimmt sich genau wie sein Vetter Scott. Die gute Nachricht ist, er geht auf ein anständiges College. Dieser fantastische junge Mann trägt unser aller Hoffnung und Träume in den Ring. Und die schlechte Nachricht ist, er macht ein paar Veränderungen durch. Wenn du dich verwandelst, Kumpel, wirst du der Allergrößte sein und ich werde dein Manager werden. Ich werde nicht heulen. Ich habe auch keine Fangzähne, versteht ihr? Das passiert mir nicht. Stumpf, Zopf und Trouble hat jeder in der Schule. Aber keiner so wie er. Manchmal steht einem der Ärger direkt ins Gesicht geschrieben. Wir sind bei dir. Team Wolf 2 ist da. Du musst dich ja unbedingt sehen. Team Wolf 2. Das neue heulende Kinovergnügen. Team Wolf 2... Team Wolf 2... Team Wolf 2 ist da.